Das Silicon Valley für Textilien in Taiwan Die global aktive taiwanische Textilindustrie ist gekennzeichnet durch umfangreiche industrielle Cluster und eine integrierte Lieferkette mit vor- und nachgelagerten Segmenten. Taiwans Textilindustrie bietet flexible Produktion, schnelle Reaktion und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Sie ist international bekannt für ihre innovativen Technologien, strenge Produktkontrollen und Qualitätsprüfungen sowie Nachhaltigkeit. Gleichzeitig halten Automatisierung und intelligente Lösungen verstärkt Einzug. Taiwan kann zu Recht als Silicon Valley für Textilien bezeichnet werden. Dank innovativer Forschung, Entwicklung und Designkompetenz erschaffen taiwanische Fachleute und Teams kreative Ideen und Textilprodukte mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Taiwan ist ein unverzichtbarer Partner für internationale Marken. Der Klimawandel schädigt unsere Umwelt. Die Textilindustrie hat daher praktische Maßnahmen ergriffen, um Natur und Ressourcen zu schonen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Recycling und Wiederverwendungstechnologien schaffen zirkuläre Modelle für eine nachhaltige, kontinuierliche Entwicklung. Das Internet der Dinge und die Entwicklung künstlicher Intelligenz verbinden sich mit Taiwans Hightech-Kompetenz auf dem Weg zu Industrie 4.0. Kleidungsstücke werden mit interaktiver AR- und VR-Technologie ausgestattet, damit der Kunde seinen Lebensstil intelligenter und gesünder gestalten kann. Freizeit und Mode, Outdoor und Sport, Heim und Lifestyle, Medizin und Schutz, Technik und Industrie. Taiwan bietet eine Vielzahl von Textilien für unzählige Anwendungen und wird somit den Bedürfnissen verschiedenartiger Lebensstile gerecht. Innovation, Forschung, Entwicklung grüner funktioneller Produkte sowie nachhaltige Wertschöpfungsketten stehen auch künftig im Fokus der taiwanischen Textilindustrie mit dem Ziel, das Leben in jeder Hinsicht noch angenehmer zu gestalten. Taiwan, das neue Silicon Valley der globalen Textilindustrie.